Hi und herzlich Willkommen zurück zu Deadbolt. Beim letzten Mal habe ich mich hier mit ein paar Minenlegern angelegt. Mehr oder weniger erfolgreich. Jetzt wollen wir mal sehen wie das ganze weiter geht. Ab zur nächsten Mission. Okay. So. Los geht's. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Der sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Okay, mehr Zeit. Brauchst du? Dann wollen wir mal sehen, ob wir dir die geben. Hm. Das ist eine Selbstschuldsanlage. Sobald ich die Tür aufmache, macht's Bogen. So. Zack. Entschärft. Ähm. Ich glaube, wenn ich diesen Lichtschalter anmache, geht mir ja alles um die Ohren. Und da ist eine Bodenplatte. Kann ich dich anlocken, dass du die aufgeholt hast? Äh, scheinbar nicht. Hm. Ach, weißt du was? Klick! Ich wollte es mal gemacht haben. Ich wollte es mal gemacht haben. So. Ups. War nicht so gemacht. Ich stelle mich mal lieber hier ein. So. Entschärfen. Hm. 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 Gut. Die sind hin. Bist. Ach. Boah. Klopf, klopf. Ey Arschloch. Äh. Au, Arschloch. Nein. Einschärft. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So. Ah, ahm. Hab ich ja nicht. Hab ich ja nicht. Hab euch ja nicht. Nee, 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 nee. Kommt ihr runter? Kommt ihr runter? Äh. Denzt ihr da oben noch ab? Und du? Komm runter, du Arsch. Komm runter, du Arsch. Bist du überhaupt nicht? Jetzt dein Freund tot. Weil du nicht runter gekommen bist. So. Und jetzt bist du auch tot. So. So. Hm. Die entschärfen wir mal. Jetzt passiert hier nichts mehr. So. Die haben wir auch ein Scher. So. Die haben wir auch ein Scher. So. Die haben wir auch ein Scher. So. 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 Tschüss. So. Machen wir den Tüftler. So ist die, der ganze Raum ist vermient. So. So. Müssen wir einen anderen Weg finden. Hier kann ich nicht durch. So. Oh boy. Jetzt wird's spannend. Mhm. So. So. Ich glaub das Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst. So. Zack. Zack. So. Vielleicht hab ich ja nichts übersehen. Dass man jetzt in den Rücken geschlossen wird. Wär nicht so schön. So. Und nimm 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 nimm. Da was bedeutet's. Und tschüss. Ja. Ja. Dreimal gesporden. Aber ich wollte es euch ja mal zeigen. Äh. Neh nehm ich auch den einen Stern in Kauf. Ja. So war ich. So. Sitzt du im Kamin drinnen. Ist nicht so ne schlaue Idee. Denn wenn ich jetzt hier durch hinsitze, ich glaube, da geht die Flamme los. Ah, du sitzt davor. Gut. So. Zack. Auf zur nächsten Mission. Jetzt kommen die Dämonen. Dä, 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 dä. Hm. So, die sind hin. Da drinnen. Oh. Tschüss, du da drinnen. So. Nicht aus. Hey, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Ah, das ist ein dicker Fuzzi, oder? Können wir nachher nirgendwo weiter eine Ziehung nehmen? Nein, lange nicht. Ja, jetzt kommst du. Tschüss. Äh, warte, ein Moment. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hilfe. Ähm, Hilfe. Ähm, Halt ab. Push, push. Oh, 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 oh. Ja, es gab leider keinen anderen Ausweg. Hm. Und jetzt nicht mal die Sensor rauszunähern. Tschüss. So. Of course, gescheitert. Klop, klop. Tschüss. Und jetzt muss ich doch nicht, oder? Ah, ich hab das nicht gesehen. So, hier mein Freund. Oh, 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 oh. Lede Hunde. Lede Hunde. Kommt der rein oder bleibt der jetzt also stehen? Äh, das war nichts. Oh, ich hab eigentlich Kassette bekommen. Wer ist mit? Du nervst. Oh, nicht cool. So. Oh, yeah. Das schlapft mir noch und dadadadadam. Hi, tschüss. Hm, 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 hm. Ich hab die Hunde geschlagen. Okay. Kommst du in den Raum rein? Ähm, ups. So. Hab ich mich noch ausgeschaltet? Nicht aus. Klopp, klopp. Hi, tschüss. So. So. Die Waffe geschnappt. Zack. Die Mistschalter. Scheinbar nicht. So. Ich nehme mal die Waffe und schalte die zwei Tölen aus. Ich mache das Licht aus. Und, äh, wer ist das? Ich nehme mal die Waffe. Ich nehme mal die Waffe. Ich nehme mal die Waffe. Und, äh, wer ist das? So. Hallo. üll suchst mir? Danke. Tschüss. Äh, wann ist er geplant? Wirklich? Oh, ist er hin? He, he, he! Chuchu! Chuchu! Komm her, mein Freund! Zack! Hau ab! Wo ist er? So, richtig? Haha, zum Glück bin ich wieder schnell runtergegangen. So, alle ausgeschaltet. Und hier oben nach. Nur das Auto. Aha, aha. Okay. Okay. Und das ist dann wohl der nächste Auto, den wir hier lösen. So, ab nach Hause würde ich mal sagen, oder? Nee. So viele tote Dämonen. Tschüssi! Ah, immer gestoßen. Mach's besser. Nein, das ist ein schönes Spiel. Hier. So. Das ist neu. Hm. Es fehlen uns eigentlich nur noch zwei. Aber ich bin nicht wirklich gewinnt, die noch zu holen. Nächste Mission. Ab, 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 ab. Okay, okay. Okay, okay. So. Mhm. Ups. Gehen jetzt alle da rein, oder bleiben ein paar zurück? Gehen jetzt alle da rein, oder bleiben ein paar zurück? Ja. Seid ihr erst mal hin? Kann man eigentlich... Ja, kann man Strom sparen, kann man immer. Mhm. Krass. So. 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 Wir sind hin. Krass. Krass. Und wir unten natürlich auch. Krass. So. So. Mach mal mal drüber. Die Lichter aus. Nein. Ich wird von der anderen Seite. So. So. Jetzt komm ich da runter, meine Freunde. Und ich mocks dich ab. Uh. Du hättest gut viel aus. Ich glaub das noch mal. Äh. Du doch nicht. Du doch nicht. Okay. Wir gehen zu ihr. So. Wir wollen dich nicht mehr. Wir machen hier das Licht aus. Okay, ich bin hier an der Tür. Warten bis du kommst. Und drück dich auch noch. So. Döde Tür da unten. Nicht so geil. Warte mal. Kannst ja nicht durch die Tür. Also Tür zu. Ja. Ja. In der großen Sinne. So. So. So, das hätte ich nicht wandeln lassen, damit ich so viel Spaß habe. Licht aus, so, Tür ab, Tür ab, Licht aus, Licht aus, klick, 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 so, die Wand sieht komisch aus, ganz ehrlich. So, ich muss die Töne töten. Ich dachte, ich komme drum herum. So, hin war es dann. Noch ein Licht anbusser. Ökonomischer Haushalt. Gibt's, damit ist es auch geschafft. So, hier kommt keine Verstärkung oder sowas. So viel Munition habe ich jetzt auch nicht mehr. Hm. Aber sieht nicht so aus. Nein, nein, nein. Ich glaube, das wird jetzt ein leichter Weg nach Hause. Ich dachte, ich könnte abkürzen. Ich könnte schon mal dabei sein. Kann auch aufnehmen. Äh, jetzt bin ich changed now. Klingt aber genauso wie die andere. So, ab nach Hause. Einmal gestorben. Wollte ich noch mal wen haben. So. Jetzt sitzt du da oben. Ja, Sie sehen, das ist schön. Aber ich glaube, ich brauche gar keine Waffe mehr. Wichtigen Waffen habe ich schon. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Äh, du bist doch die Super-Snipe-Troller. Ah, du siehst doch alles. Ja. Naja. Jetzt müssen wir auf die blöden Punkte aufpassen. So. Aber die ist diesmal auch ganz nett. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Trotzdem bin ich nicht in der Nähe von dem. Wird nicht sein. So. Jetzt heißt es aufpassen. Nein, die zieht dorthin, wo wir hingehen. Nicht wo wir sind. Die ist schon schlau. So. So. Warten, bis du da drüben bist. Ah, Mist. Oder wir lassen uns schnell für die Erschieße. So. Kann ich schon sagen. Geht hier gar nicht. Wups. Das war knapp, ne? So. Kommst du zu mir runter, mein Freund? So. Du auch runter. Gut. Keine Munition mehr. Wups. Das war fast schon knapp. So runter. Jetzt. So. Wofür sind wir runter? Wofür sind wir runter? Wofür sind wir runter? OBS? OBS! Nein, nein, nein. Es war knapp. Ja, was machst du jetzt? Dumm rumstehen! Geht. Ok, Mist. Geht doch immer mal eine Ecke fassen. da musstet ihr bitte jetzt kommen ja, du bist ein ganz schlauer so, kommst du runter zu mir, mein Freund hey was machst du hallo wir sind wieder aus dem System ouch ok wie geht der nicht halt, der Typ so, hm, knapp komm runter zu mir hm, das ist doch auch oder auch nicht hm, scheinbar nicht jetzt machen wir genau das gleiche wie der andere ouch das ging in die Hose ouch ouch nicht getroffen, hab's gesagt ouch schon mal da ist doch ein anderer ne ouch 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 s okay hiii ouch 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 Ich das? Ich das? Ich das? Ja, bis du weg bist. Au! 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 Geh weg! Geh weg! Ja, die sind hin. Kommst du hoch? Den Dancer. Den Tony Dancer. Du hast gesehen, wie ich nach oben gegangen bin, oder? Du wirst jetzt hier nach oben kommen. Ja. 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 Du wüsstest, dass du das machst. Eine Schusswaffe? Jetzt hast du das Rennen sozusagen, oder? Oh, leicht, knapp. Ach, welch wie er noch den Teufel da oben gab. Ja, 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 das ist eine ganz große Nummer, ja? So, ja. Das hat mich nicht bekommen. Na, komm hier hoch, mein Freund. So. Schöken. So. Die Shin Shin, Shuri Kim. Kommt ihr runter? Kommt einer von euch runter? Dann müsst ihr es beide bleiben. So. Nicht mal was. Sicher, sicher. Zack. Ja, ist es. Nö. Nicht getroffen. Blöder Arsch. So. Äh. Wie hab ich die jetzt kalt gemacht? Knapp. Knapp. Mein Freund. Knapp. So. Mal so vorsichtshalber die Lichter aus. Du willst doch nicht da oben bleiben, oder? Du willst doch zu mir runter kommen und mir zeigen, dass du ein ganz großes Minus bist. Was nicht gesagt? Das hat das nicht gesagt. Iiiiihiihi. Iiiiihihi. Dunkeln kannst du mich nicht sehen. So. So. Okay. So. So, eure Homie sind weg. Du nervst, echt jetzt. Kommst du zu mir, um Rache zu nehmen? Ups, da wollte das Licht aus. Da konntest du nichts mehr tun. Licht aus. Licht aus. So. Und jetzt nehmen wir uns den blöden Slider vor. So, genau da. Ups. Ha, rüber weggeschossen. So. Dann haben wir den hier noch so. Hi. 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 Hier unten noch jemand? Yuhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhh. Oh, hier. Ja? twenty? No? Ah. Ah. Hallö, hallö. ja ich werde ich bin ja das ist ein autokammer ich glaube ich mir da braucht ja eigentlich nicht mehr du hast da an die lichter gelassen also passt doch nicht, wenn wir noch ein bisschen schneller gut so ja das ist eine etwas längere folge jetzt gewesen an dieser stelle würde ich mich da mal verabschieden und beim nächsten mal kommt das große finale das wird dann wahrscheinlich ziemlich kurz und dann fürs zuschauen und